Hallo zusammen, ich bin jetzt gerade in Miyazaki in Kadokawa und gerade hier am Meer, Algen, Mosuku, ist ein Gericht, das man sehr viel isst, das auch eine super gesundheitliche Körper ist. Man kann es entweder roh essen in Essig oder z.B. als Tempura, der getrocknet wurde und dann halt eben frittiert. Ich probiere jetzt gleich mal beides aus. Jetzt ist es mal so ruhig, gesünder geht es gar nicht mehr. Wow, das könnte ich mir jetzt gerade vorstellen, auch im Sommer und vor allem zum Essen. Und es ist mega fein, es ist richtig frisch und eben super gesund, halt auch leicht. Jetzt probiere ich die schwerere Version, das Tempura. Und das taucht man ja auch in Sauce, bevor man es isst. Wow, das ist auch mega fein. Und wenn man halt gerne so frittierte Sachen hat und es aber trotzdem zu schwer mag, ist es definitiv genau so richtig für euch. Also unbedingt ausprobieren, wenn ihr hier in Kadokawa seid. Ja. 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 Ja.